damit es... Nein, damit es Athen noch einfacher hat aufzustellen Klopfer, das ist nicht Dummheit, das ist Riot Ist das wie der selbe? Aaaaahhhh Athen 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 on YouTube, Athen Alex, ich Alex, ich Alex, ich, go down, go down Dämlicher Halb-Affer, Alter Der Typ ist so wild, ne? Alex, ich A-After System mit Alex, ich play my rice My rice-Bild Hahahaha Pass auf Alex, ich einen Scheiß darauf gebe, was sie ziehen Für ein Bild hat Geh mal rein Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf LOL Ich glaube, die sind alle auf K, oder? Kann das sein, dann doch nicht Gerade Holy shit Wow Gut Quinn, bleib stehen Wow Ach, mein Klopfer, ey Müssen wir das jetzt wieder reporten Wow Drecks, Nunu Schassi Machen keine Waffen zu pingen Ich mach nichts Ich mach nichts Ping Nein Das stimmt Ach stimmt, ja, wenn ich wüsste Nimm den Huren so hin I got something Der Job doch eh weg Das war noch als gemacht vom Platz Das war noch als gemacht vom Platz Das war schon so low, Alter Liebe Morgana, Morgana ist OP Ich hab schon 120 auf meiner Trainer Schwer mit U-Guard Fucking U-Guard Stress Jungs, Stress, die Hölle gehen Zack Uuuuuh Uuuuh 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 Hallo Ultra Tanky, Mann Uuuuh Dem seid ein Attack Dem seid ein Attack Der Attack kommt nicht mehr raus so schnell Wie davor Von wem Von Trash Das ist genau das Wie sie sich auf die Laterne stellen Solche Deppen, Alter Würde ich die gerne benutzen, aber ich sterbe dabei Boah, später springst du rein und machst dann wieder die Laterne Er kriegt die Laterne nicht an Ach sooo Na, er hat überhaupt keine Range und so Alter Schwede Dumm dieses Game-Spieler Ja, er hat sich ja noch kein Leben verloren Du machst auch nichts Doch, nicht High-Leute, die ganze Zeit Ich kann auch damit aufhören Mein Sohn, Alter, ist dein Job Du sollst dir eine Träne kaufen, übrigens Du sollst dir eine Träne kaufen, übrigens Ich kann auch damit aufhören, wenn ich will Na, zu was Mach ich nicht Gib mir rein Alter, hol dir bitte die Träne, Mann Es ist nicht mal böse gemeint Ich werde euch dir nur einen Tipp zu geben Ey, ich mag, nimm noch mal Kritik an Keine Kritik Gibt mir nur einen Tipp Natürlich, das ist scheiße Scheiße Ich kann auch ohne Träne spielen, aber mit Träne ist so eine effiziente Du hast jetzt schon bald Mana Probleme, wenn du so weiter machst Ja, sicher Ich hab was getroffen Ich hab was getroffen Geil, das ist weg, so Du bist mein eh Hochskillen, Alter Alter, der nur hat nen Kapitalisator Oh Oh Ah Oh Ehh Dankeschön, dass du nur auf mich gehst Wer mag das? Fass, Alter wenn wir die Halldinger hinnehmen Machen wir Klopfer ich brauche keinen ich meine nimmt der mich das das direkt von meinem Gesicht gespawnt na jetzt hab ich wieder denkt Mauer ey diese Grafikbox oh ich auch ja ich hab Mauer welchen? das ist dieser Kommt-Dogs-Fetter ja jetzt war noch da ja das ist so die Disco alter nicht mal bei der neuen Armbab haben sie es gefixt man die ist so dämlich lauf doch rein in den Speer lauf doch rein in den Speer ja auf jeden Fall na ja tot verdämlich das ist aber Re-Turt-Round verstehe ich nicht warum man immer so greedy werden muss anstatt mal ganz in Ruhe zu poken ne oder du Alter wie leck das da überhaupt das ist wie ein nebber 6 ist nein lass ne du ne ne Das sind wir auch ganz eh im Pool, Maxim Alter, gib mir dieses Ding jetzt Der kann stehen bleiben, der trifft nicht Wow, die hier 2 Nein, du Perk Gut, du wirst den Ulti Was speck dafür Kann der Lern oder Depp selber sagen Entschuldigung, ich weiß nicht was du meinst mit Mana Problemen, aber ich hab bisher noch keine gehabt Genau, ich traf den Minion Der Nuno ist schon wieder so tanky, alter, lächerlich So, verkarriert er schon Mal schauen Bitte Gimmie, 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 Gimmie Da liegt nur ein Heiligen hin Ja, ich brauch heute keine Stunde Wow Nidalee macht so keinen Schaden auf dieser Map, man Die ist doch viel größer, ist total gay Es sind schon 3 von diesen Kacksternen Ja Ja Und weil es der ganze Busch am leuchten Ja Hahahaha Oh lol Nice Ah, die hinnen sich hier wieder hoch Ist aber egal Ja, mit was denn? Weiß ja nicht, irgendwie hinnen die sich hoch Uuuuh, einmal mit Krieg Ah, das wird über Die Quinn hat Leben vor. Morgana, die Leicester... Der passt schon. Oh, ist der Fisch. Was? Der hat sich exe-cuitet. Ja gut. Na, machen wir den Tower kaputt. Schale Dummheit. Guck auf den Tower Der Silence Er ist weggegangen um sich Ach unnötig Er ist weggegangen Werden es der Deck schief? Ok klappt das Oh Hab ich aber getroffen die Morgane Und wieder immer getroffen der Fils ist auch schon Geschädigt nun Ich spiele Oh der TF kriegt gleich richtig einen Späh in die Fresse Da hinten liegen überall heil Dinger Nehmt euch den mal bitte Schade ich wollte gerade hinjumpen Weil der liegt immer noch einer Ja ich wollte dann ein bisschen Ach so genau Oh ich bin ja zwei Chips aufeinander Wer macht er mir? Nimm du Mit der Laterne und Krass das hier funktioniert gut Hab ich schon noch probiert Hm? Also mit der Laterne noch nicht hinspringen hin Und dann wieder zurück geht Geht Scheiße Oh der arme Mark Sehr schöner Fight Was ist nur ein Ulti? Oh ich bin fast tot Ja они JaKler Ja Klafly du bist eh Relativ angeschlagen Ich verstehe es nicht von wo ständig diesem Drecks Corgana bei den Nex kommt von DA bis Dahinten alter Ah das leuchtet schon wieder was Keiner Huchen Ääähäähm Oh god Jung Ja sicher Ja sicher Wird jetzt nicht angestupst werden. Wird ein Skype-Ton angeschrieben. Er hat nicht angestupst. Weiß er nicht. Na, weißt du. Da hat mein Ohr zu, Mann. Ich hör nichts mehr. Hey, Mark. Ja, das hab ich noch gehört. Auf dem Rechner, hör ich nicht. Wird unangenehm. Oh mein Gott! Als hätt das gerochen, als hätt das gerochen, Mann. Ich schau wieder mal, dass er das PV will. Als er den Tower darf nehmen. Trottel. Oh, Mark. Wie sie laken. Was ist es? Ich schau wieder. Ja. Ich schau wieder. erst ich halte nicht alle das lag der feinde das war bitte nur und diese wieder wegkommt und sind er hat aber lustig nicht doch ein schon lustig oder die Kräfte und das heißt man es ist ein er sich bei uns in die Kräfte der Späume vor Ort und aber ein paar Kumpel direkt sie schon direkt in der Welt bei uns obwohl das Tor nicht weg ist das hat er war gar nicht fahrt oder das wird aus dem Radius Ah, ich hab schon gesehen. Good job. Du wirst halt das Lowlife. Der exekutet sich. Ey, bist du bescheuert, du drück... Egal, lass den Tau weg, Mann. Der hat eh 0-4, kann eh nix. Was? Alter, der Sound, wenn die Dinger heraufgehen, voll geil. Pfff. Den Mehrschaden macht keine Nutter. Problem an Trash ist, dass es eine richtig geringe Attack-Range hat. Wie viel ist es bei dir? 475. Ich hab 425. Oh Gott. Man soll nicht zählen Auto-Attacks. Ich hab meine Träne... Oh, meine Träne ist voll. Geil. Ja, oh Gott, halt. Ich brauch dir ne neue... Ja, verkauf die... Der Fisch ist raus, der Fisch war hier. Ach so! Genau! Der Fisch war da irgendwo und das hat mich getroffen. Wah... Diese Karten von Twisted sind so lame. Den... Den können wir jetzt irgendwie mal töten, bevor der Twisted schon wieder executen will. Ja, ich schmitte, wenn wir da wieder nehmen. Ja. Dieser Sly... Alter, wie viel Damage der Nunu gemacht hat. Guck dir an, wie low-life sie alle sind. Alle. Höh... Boah, wo sind wir jetzt schon wieder bleiben? Wichser. Was? Ne, komm, wo bleiben? Bleiben, bitte. Das ist so geil, Mann! Woh... 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 Das gute ist, der... Der Fisch ist die ganze Zeit low-life. Woh... Einsperr und er ist... Er verliert tauren kleben. Die Folgen seht, ob wir ihn töten sollten. Jo, mach ruhig. Höh... Ah, Schatz kaputt. Gress mal noch los. Gress mal noch los. Oh, ja... Ich darf jetzt auch echt mal weg und kauf nicht mehr hin... Dann höchst. Borddrück. Borddrück. Ja, 5600 Goldwerke. Du bist doch riesiges Sprung. Naja. Und noch... Wie ist... Woh... So, ich hab mein Borddrück. 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 Du bist doch verdammt so bissl. Aber mein Lächeln ist sicherlich, dass ich... Lächeln ist sicherlich, dass es ist... Zu krank. Ohne Scheiße, Mann. Da haben wir auch schon Kelch geholt, aber das reicht aber nicht. Guck mal, wie er gleich wieder wegleckt. Good Job. Holt den Sieben, Holt den Sieben. Ja, jetzt geht's aber richtig ab, Mann. Hier, der Fiss bei mich. Ich glaube, der ist gay. Oh Mann, ich verquiss den. Wie immer. Meine Trap. Oh, der Flasher. Super, das ist nur das Mittel zum Zweck. Wir machen den Rest. Alter, das sind ja viele Seelen. Super, tank mal bitte. Mach mal, mach mal in der Zelle irgendwo hin. Mittel zum Zweck, tank doch mal. Oh, er will Ult ihn, er wollte Ult ihn. Oh, Bache, das bringt ihn. Die kosten uns einen Freifahrtschein in den Tod. Der kostet nicht mal mehr Ult ihn. Ja, weil ich ein Gestente. Sender Stavina, du. Okay. Na du, ist auch noch. Mark. Sorry, dafür kriegst du sie gleich hier. Freu dich, du macht eh keinen Damage. So ein Scheiß-Dealer, ne? You mad, bro? Komm, zu was, versuch's. Das war einfach. Nein! Ja, Mark, einfach, go, schreib. Ne, ich schreib kein Easy. So einfach schreiben und nicht easy. Ja, das ist immer das Gleiche, Alter. Warum Leute, warum müsst ihr euch?